So, Forellensie Rosenweiher, es geht weiter mit dem besten Fisch für die besten Angler. Heute Montag, zweimal Besatz, herrlich, guckt euch das an. Denkt an unsere tollen Termine, 18.11., 250 Pfund Goldforellen, 24.11. bis 3.12., dänische Wochen, riesige Lachsforellen, real bis 10 Kilo, also richtige Granaten dabei für euch. Und dann haben wir am 9.12. Sonderbesatz, 850 Pfund, 1 bis 3 Kilo Exemplare. Also, wir haben den Fisch, wir haben das Buchungsportal, wir haben das Reservierungsportal auf der Seite. Online Plätze buchen, morgens ankommen, ganz entspannt, wenn es hell ist, Platz nehmen. Das gibt es nirgendwo, das ist einmalig. Also, wir sehen uns, schaut euch das an, www.angelsee-rosenweiher.de, direkt auf der Homepage Oberer Banner, einfach raufklicken, Reservierungen, Sportsuche, Plätze sind alle abgebildet mit Bildern, könnt ihr euch angucken, Termine, wann die Plätze frei sind, wie sie frei sind, wann sie belegt sind. Also, einmalig in Norddeutschland, einmalig in Deutschland. Wir sehen uns hier natürlich am Forellensee Rosenweiher. Die Königsklasse Champions League, herrlich. Das sind nicht nur noch viel. Wir sehen uns hier schon.